Ein herzliches Hallo und ich freue mich, dass du auch Tag 27 mit mir verbringst, auf jeden Fall eine Minute. Und es geht mir wunderbar, ich hatte einen wunderbaren Nachmittag im schattigen Garten einer Freundin und wir hatten auch tolle Gespräche heute Nachmittag. Es ist einfach schön, wenn man einfach so sein darf und relaxen kann und sich einfach um nichts zu sorgen hat. Und ich geniesse das wirklich und natürlich gibt es auch Sequenzen und Momente, wo es mir nicht so gut geht. Aber ich denke, das geht auch wieder vorüber und das war ja auch der Plan, dass ich mich da selbst aus diesem Loch dann wieder herausziehen kann mit mentalem Coaching, mit Coaching als Persönlichkeits- und Lifecoach und das klappt wunderbar. Ich bin wirklich glücklich. Ich wünsche dir einen schönen Abend.